Yo Leute und wir kommen wieder zurück zu Spark Challenge! Immer noch mit dem Flash! Joooooo! Einig, nicht nur immer noch, das wird auf jeden Fall so bleiben. Boah, zusammen bringt mehr Spaß auf dir. Wir haben unser Fun immer. Ja. Was willst du denn auch allein? Da hast du mit keinem reden, dann bist du so allein! You are alone! Ja, du bist für immer allein, das stimmt. Ja. Alles wirft den Plan ruhig durcheinander, ich wusste doch dann. Das ist wirklich ein Baum, ein Stückchen dann schweben auf diesem Trick da. Das ist natürlich geil! Ja. So, nächste Wüste, Ladies and Gentlemen. Wie gesagt, das wurde immer rausgenommen, also gefixt alles, aber jetzt ist das doch wieder mit drin. Kann immer nicht echt an den neuen Gebieten liegen. Ja, die schwebenden Inseln. Dass da irgendwo ein Fehler sich eingeschlichen hat. Kannste aber nichts gegen machen. Nö. Ist halt so, ne? Und dann muss das halt wieder fixen, und dann muss das halt wieder nicht. Und dann wieder hier. Und dann wieder doch. Und dann wieder nicht. Aber, ehrlich, das stört keinen so wirklich, finde ich. Ja, ich hab schon wieder... Ja, jetzt hab ich auch ne schwebende Insel. Ah ne, doch nicht. Das sieht lustig aus, aber stört du das keinen. Das sieht lustig aus, aber stört du das keinen. Mepazi aktualisiert. Ist so ein riesen Berg. Ja, wie gesagt. Sie sieht lustig aus, aber stört keinen. Boah, der ist aber riesig. Ach, du heilige Grotte. Hast du einen Alpen gefunden? Ja. Ach du scheiße. Und ich muss jetzt genau mit innen durch. Ui. Eieieiei. Also... Flash der Bergkletterer. Nö, ich schleich mich unten halb rum durch zum Sehen. Du sagst du Flash... Ja, toll. Und ich dachte du wirst jetzt zum Flash der Bergsteiger. Der Bergsteiger. Der Alpenö... Wie heißt das hier? Der Alpenöhi oder so, ne? Keine Ahnung. Der Alpenöhi. Ne, ich schleich mich unten durch die Schlucht durch. Mhm. Jetzt fühlen wir kloppen und kletter über den Berg. Zur Not hätte ich mich durchgebaut. Hab dich gefunden. Esel. Hey, du bist der Monkey. Ah ne, Donkey bist du. Der Donkey. Du bist der Esel. Nicht ich. O team. Hohohohohoho... again. Gesundheit! Danke. Ist doch noch keim passiert, ne? War aber spontaner Niezer. Hättet was schon gemerkt. Ich hab's主izza. Wo hast du dennéc? Cool. Das ist schon wieder ein Hexenhaus. Oh, jetzt kommt wieder so ein Dunkelholz-Mistzeug hier. Ist doch nicht wahr. Boah. Alter. Kein Dschungel, ne? Nee, ne Dunkelholzkacke. Aber ich weiß jetzt schon, das hat voll übersteuert. Es ging bei mir, also... Es war nur so ein lautes Wuff. Ja, bei dir, aber bei mir hat das auf jeden Fall voll übersteuert. Da musst du gleich mal reinhören. Da muss ich die Stelle auch raussuchen, dann muss ich das ein bisschen leiser machen. Irgendwas mit zwei Minuten. Ja. So anfangen, so. Ich hab das Kribbeln eben schon gemerkt, aber ich hatte keine Lust zu muten. Ich hab das Kribbeln schon gemerkt. Hört sich ein bisschen komisch an, aber... Du bist auch komisch. Du bist komisch. Du bist komisch. Ja, ich weiß. Was? Das war eindeutig. Warum gibt's keinen Dschungelbiome mehr? Wollt ihr mich verarschen hier? Ich hab doch noch keinen gefunden, ne? Nee. Man kann so viel suchen, wie man will, irgendwie. Ich lauf hier die ganze Hüpfe die ganze Zeit schon. Ich verbrauch mein Essen, das ist unglaublich. Ja, ich auch. Ich hab ja auch noch ne Wüste, oder dieses Alpenkackzeug. Solange man noch genügend Essen hat, ist das ja egal. Ja, genug sind... Kühe sind ja auch noch unterwegs hier gerade. Mhm. Hier... Oh, schon wieder kein... Achja. Komm, schmeißt hier noch ne Schnitte rein hier. Schnitte? Schnitte... Auch schon wieder ein alten... Schnitte, schnitt. Alpen Ding, ey. Ja. Ich kann da immer außen rumlaufen, ich bin da zu voll hoch zu laufen. Aber die Alpen gehen über die Wolken, ne? Weißt du. Mhm. Das ist zum Kotzen, dieses Gebiet hier. Ich finde auch andere Riesenberge. Ja, die... du meinst die Berge, die... wo du Schnee schon sehen kannst, ne? Aber die... Ja. Aber die gehen da bis zu Wolken, oder? Ja, ich weiß, aber sowas hab ich noch nicht... solche hab ich noch nicht gefunden. Schon wieder ein Hexenhaus. Hexenhaus, Hexenhaus... Hexenhaus... Das Hexenhaus... Genau. Ist hier was unten? Aber ich bin ein Dschungelfen, echt. Ach, nicht nur du. Aber ich renne die ganze Zeit nur geradeaus. Ja, und ich geh mal grad in die Höhle ran. Vielleicht ist hier irgendwas Interessantes. Aber ich glaube eher weniger. Na, Hexen, bist du zu Hause? Ne. Bau mal einfach den Boden weg. Ist so nett. Die findet dich und dann, äh... Dann nimmt sie dich. Das ist ein Doppelboden drin, toll. Und dann zerreißt sie dich in der Luft? Ja, und dich auch hinterher. Ne. Weil ich ein netter Mensch bin, machst du das nicht. Ja. Nein, bist du nicht. Doch. Du bist Flash, der Böse. Flaschengeist, ne? Ach, das war nur ne Workbench, die da noch stand. Aber Hexen ist nicht zu Hause. Hi. Nö. Wow. Ich glaub, das wird gleich schon wieder dunkel, ne? Jo, so langsam. Ja, bei mir auch. Mir sauchen bei mir die Berge auf. Aber richtig jetzt. Ja, jetzt hab ich nur so'n kleines Ding vorn. Cento ist der Bergsteiger. Ja, viel Spaß. Oder du läufst zwischendurch, wenn du zwei hast. Äh, naja, das sieht ganz schwer aus. Hahaha. Oder außenrum. Ach du Scheiße. Ist geil, ne? Alpen. Alpen. Sind zum Kotzen. Ja, Marcy, du Affe. Hahaha. Dein Bruder erstmal. Mach mal die Tür bitte wieder zu. Der hat mir nicht immer Bitch gesagt. Ich hab, das hat sich Affe angehört. Der hat dich doch nur lieb. Der will doch auch nur in der Aufnahme sein. Ja, ich weiß. So wie jedes Mal, ne? Ja. Ist ja nix Neues. Nimm doch einfach mal an der Hand und lass ihn sitzen neben dir. Hahaha. Nun Bietenwaldgebiet. Ja toll, meine Stoppuhr ist ausgefallen. Haha. Der ist wieder rausgegangen. Ich kann dich aber informieren. Mhm. Wir haben ja fast die gleiche Zeit. 6.30? Mhm. 6.40, 6.45, 6.50. Also 8 Minuten noch ungefähr. Ja. Ab. Ah, jetzt ungefähr. Ja. Du hast ja meist 1,2 Sekunden mehr. Mhm. Ich hab mal wieder eingeschaltet jetzt. Ja. Dann passt das. Er hast schon mal nur Birkenholzwald gesehen? Ja. Krass. Wie hoch die Dinger sind. Wie hoch die Dinger sind. Wie hoch die Dinger sind. Sind ja nicht nur diese kleinen Dinger. Sind ja jetzt richtig die. Ja. Richtig die Biome. Ja. Das ist natürlich auch geil. Wenn jemand Birkenholz braucht. Ja. Boah. Echt. Alten. Ne? Nein. Echt. Ne? 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 In der Rippe. Ja. Ja. Das ist kein Dinger. Ne? Ne? Die fallen alle in die Schlucht rein. Sind die blöd. Haha. Und genau der mit der Melone hinterher. Haha. Oh ne ey ey. Ist das schon wieder ärgerlich. Komm. Irgendwann mit Weizen hier. Wenigstens. Hättest du schon mal abspüllen müssen. Echt jetzt. Da. Der tauscht mir ein Mewald gegen 20 Weizen. 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 Geht ihr mir auf den Keks. Aha. Mhm. Mhm. Autsch. Boah wo ist denn so ein scheiß Dschungel. Echt jetzt. Weizen. Weizen. Komm ich brauch nur die Melonen Stückchen. Nur die Melonen. Ich brauch nen dummen Dschungel. Ich brauch auch Hunde endlich. Ja die findest du ja auch in einem anderen Biom. Zähne. Ja. Aber durch so viele Biome wie ich jetzt schon gerannt bin. Ja. Tröste dich. Das ist schlimm. Hey weil da jetzt kein Weizen rausgekommen ist. Da ist ja auch nen Weizen rausgekommen. Bei welchen Koordinaten bin ich denn jetzt schon? Ui. X 4364. Und Z 439. Oh das ist ein bisschen weit ne. Mhm. Ich bin ganz schön weit jetzt schon gerannt. Nein. Komm 5 Weizen noch. Ich bin bei minus 287. Gestartet. Meine Koordinaten. Eins. Schön ne. Zwei. Drei. Nein. Jetzt verfolgen mich die Schafe hier mal. Weil ich das Weizen in der Hand hatte. 10 Minuten noch. Ja. Und ich brauch noch einen Weizen. Komm schon. Komm schon. Mäh. Mäh. Hä. Ey das ist nicht wahr. Muss ich jetzt hier ernsthaft einen Weizen suchen? Ja. Musst du. Wollte schon sagen cool du hast ne Savanne aber ist ja nicht. Weil dann hast du mehr Glück nen Dschungel zu finden. Naja. Quatsch. Ja doch schon. Wie mit dem Schneebium ne. Grenzt nach keins dran was ist. Kurze Zeit später. Verdammt. Ja aber du hast schon ein bisschen mehr Glück einzufinden dann. Natürlich. Natürlich natürlich. Mhm. Oh ja. Weizen wird irgendeins hier fällig. Immer noch 3 Minuten. Oh. Ja. Muss ich mich du ernsthaft verarschen hier. Garotten noch abbauen. Kann man immer noch zu essen gebrauchen. Und wetten wenn ich woanders lang gerannt wäre dann noch zwischendurch dann hätte ich bestimmt schon länger gefunden. Ne. Wird jetzt auch in der andere Richtung gelaufen. Aber ich renne ja schon ganze Zeit geradeaus nur. Jajajajaja. Jetzt darf der bloß nicht runter gefallen sein. Der blöde Villager. Dann raste ich ihn noch mal aus. Ich bin ein Brennschwein. So. Hauptsache ich bin die Lava Bishops. Oh. Du lebst da noch. Bleib da schön am Leben. Du bist der mit den Emuwald. Achja. Und du gehst mir für die Emuwald erstmal die Melonen. Dankeschön. Hehehe. Ach man. Ich bin Dschungelfin. Und ich hab jetzt endlich Melonen. Bist ne Melone. Du musst sie nur noch rein nach Hause bringen. Ja. Das heißt also nicht sterben. Das ist natürlich jetzt eine super Aktion. Weil die müssen zu Hause gezaft sein. Mhm. Also heißt es noch nicht abhaken. Ich muss jetzt immer warten. Ja. Ah. Kehr, 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 kehr. Du wieder Kürbisse. So. Schwert in der Hand und let's go. Weiter geht's. Findest du hier so viele Kürbisse ne? Eine Schlucht. Hä? Ja. Wie soll ich denn da rücken? Okay. Da hinten. Ja. Sonst waren auch Kürbisse richtig selten. Ja. Kannst du ja auch noch finden. So. Wo geh ich dann? Find's schon. Aber so häufig ist doch eben begräbens. Ich würde gern einen Satel unterwegs hin. Dann könnte ich mir nochmal ein Pferd sehen. Ach nööööäh, nicht schon wieder Alpen. Will ich nicht. Ach. Ey, ich krieg schon rappel. Ach. Die kommen die letzte Minute. Die lauf ich jetzt auch nur noch. Die lauf jetzt nicht mehr zurück. Die lohnt sich auch nicht mehr. Ja, ich mach nichts anderes. Seit den letzten Folgen. Das sind die besten Folgen aller Zeiten. Oh, ich schon wieder ne Schlohn essen. Bloß nicht die Console essen. Schon wieder ne Schlohn. Ich bin schon. Ein Dschungel. Du bist ein Arsch. Ein Dschungel. Hier. Geil. Arschgeigei. Muaah. Ich hab ein Dschungel! Verdammter Mist! Schleckma! Weißt du was schlimm ist? Es müssten da keine Katzen drin sein! Ja, das wär schlimm, ja. Mein Dschungel! Ich liebe dich! Ich dich nicht! Wir haben noch 30 Sekunden! Jaaa! Wir können meinetwegen auch noch einen aufnehmen. Musst du dahin, oder wie ist das? Ja, ne, um 4 erst. Also der ist um 4 da, und dann fahren wir los. Ja, mehr ist jetzt gleich halb. Was kriegt man eigentlich, wenn man ein Pferd killt? Leder! 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 Jo, wie viel haben wir noch bei dir? 9 Sekunden. 7. Ja okay, dann geh ich mal raus. Ja. Dann bedanken wir uns nochmal fürs Zugucken, wie sonst immer auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!